Hier hat man dann einen ausgegraben und den einen hier in der See gelockt hat. Oh, ey, jetzt. Oh, Scheiße. Wow, da gibt es ja so richtig. Das ist ja so richtig. Da fliegt der Stirn selber. Das ist ja so richtig. Das ist ja so richtig. Das ist ja schon mal eine Thermik. Die musst du reiten. Das ist ja so richtig. Oh, endlich. Jawoll! Ja, das ist ja so richtig. Ja, das ist korrekt. Ja, so zwei, drei Meter steigend. Ja, so zwei, drei Meter steigend. Dürfte das sein. Boah, geil. Ist das denn der Paar? Kopfball hoch aus von Heidelberg. Ja. Ja, das ist ja so richtig. So knapp 900 Meter und es scheint, als ob er keinen Bock mehr hätte. Bis zum nächsten Mal.